Heyo Pinguin und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und zwar zu Island Saver. Ich hab das gerade vorhin auch genommen, aber irgendwie muss ich dann dort starten und ich wollte das euch nicht nochmal zeigen. Deswegen jetzt hier halt und wo der Aal kann ich hin gehen. Toll? Hallo? Geht einmal wo? Bitte. Sange. Vielleicht auch einmal nebenbei hier. Ich sollte nichts rausholen. So. Jetzt. Hier drauf fokussieren. Hier gibt es auch richtig viel, also hier generell in den beiden Abteilen Sachen, die ich mit den Torellas mache. Muss also hoffentlich, wenn ich mit Grudas und ich wollte gerade sagen, hier gibt es neue Bots. Mit dieser Maschine kannst du eine neue Brücke mit einkassierten Steuern bauen. Allerdings funktioniert die Maschine erst, wenn du alle Spartiere in diesem Bereich gerettet hast. Okay. Dann rette ich mal alle Spartiere. Und dann kann ich hier überhaupt den Müll abgeben. Oh ja, hier. Komm. 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 Woll. Na, dich habe ich gesucht, wie ein Jung. Irgendwie kann ich hier... Ja, ich brauche eine Marke, danke. Jetzt kann ich auch hier mit säubern und Müll einsammeln. Ja, hier sind wieder diese... Okay, ihr könnt gar nichts. So, hier geht es dann weiter. Oh nee. So, krass. Und jetzt endlich neues Spalt. Oh, ein Frosch. Bankipedia. Laubfrosch. Spezi ist Tuplone. Nahrung, Bienen. Sammerbegriff, eine Gruppe Laubfrosche. Witzige Tatsache. Blaufrosche nutzen ihre Augen, um Futter zu schlucken. Blaufrosche nutzen ihre Augen, um Futter zu schlucken. What? Die ziehen ihre Augenäpfel zurück und drücken damit das Futter... Ähm, halt sie noch... Ja. Aber das ist so weird. Also das ist... Ich finde das echt ziemlich komisch. Und jetzt brauche ich hier... Beerenbusch. Hier auch. Und hier schnapp... Knappilie. Dann... Knappilie, glaube ich. Und Bärenbusch. Und das richtig. Knapp. 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 Dings. Jetzt begieße ich das. Und jetzt wächst... Ja stimmt das ja auch. Ja, und Bärenbusch. Dann kaufe ich mir eben nochmal Sammeln, Bärenbusch. Knappkaufe. Und hier brauche ich noch was. Aufschnappilie. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Dann kann ich ihm nochmal was. Was? Warum bist du eigentlich so weit weg? Hm. Okay. Dann hole ich mir mein neues. Wasser. Sechs. Fertig. 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 Starkey ist voll. Auch fertig. 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 Zauber, wirst du ... witzige hüte das jetzt nicht mal auf dem spaß bereich ein bis auf deiner uhr ein ich hasse das können wir den aufsetzen linda was zum Danke. 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 Das passt. Und ein Krokodil. Und hier sind jetzt wieder... Ich sehe mich nicht ganz so gut verstehe. Und die Musik geht weg, also sind sie auch weg. Ich... Also der hier, finde ich, sieht echt süß aus. Kannst du mich mal angucken? Danke. Ähm... Ich möchte gerne mal wissen, was die noch so für... Graben haben. Das interessiert mich ja. Eigentlich meistens. Nee, das... Das steht dir gut. Das nicht so... Nee, auch nicht. Nee. Ja, so finde ich dich... Gut. Jetzt muss ich hier noch, denke ich... Also die hier auf jeden Fall noch... säubern... Säubern... Dank... Ah, da ist es noch dreckig. Hier noch. So, und den Kanten voll eklig. Oh, ist voll. Bleib doch bei mir. Wachst du nicht? Das hat vor mir ab. Ich hab dir nix getan. Ah, spart hier ist voll. Und zwar, wo bist du? Ah. So, was hast du für Farben? Äh, das gefällt mir am besten. Ah, noch welche sind voll. Und du nennst mich bitte nicht. Weil glaubt ihr, ansonsten endet das Böse für dich. Ja, du, wo kommst du? Nee, du, wo kommst du? Einfach auch die Farbe. Keine Ahnung, wieso. So. Und ups. Das wollte ich nicht. Aber außerdem, was du hast du gehört. Oh, hier ist so viel Geld. Oh, das ist so komisch. Wann trifft das? Ich brauche... Nein, falsche. Ja, die brauche ich. Was? Ich maß die, was denn jetzt hier länger zu werden. Oh, spart dir voll. Nice. Da bist du... Nicht zu übersehen. Aber auf 30 ist fast nicht mehr. Aber reicht es damit? Abgeschlossen. Ey, ich bin jetzt zum Bauen bereit. Die Steuer, die du verdient hast, kann zum Bezahlen großer Inselverbesserung verwendet werden. Wie der Bau dieser Brücke. Ah, jetzt kann ich dort, wo ich sage, was? Oh, die dankbaren Krokodile haben eine Abkürzung nach Steuerbach geschafft, sodass ihr etwas Zeit sparen sollte, wenn man springe über die Krokodile hinweg, um zum Steuerautomaten zu gelangen und Steuermarken für den Bau der Brücken zu sammeln. Ja, das fühlt mich natürlich sehr. Da könnte ich... Aha, es ist... Bumm. Was war das? Bumm. Bumm. Ja, jetzt muss ich nicht die ganze Zeit außen herum. Das ist natürlich sehr gut. Und kann auch hier hier in mein ganzes Geld eintun. Wer braucht wirklich 27, Alter? Und hier ist, denke ich, der Roller. Ja, geht das. Darauf habe ich gerade keinen Bock. Und da natürlich gibt es da geht das aus mit dem Videopunkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und ciao. Na ja. Vielen Dank.